Der Motor läuft jetzt wieder. Fahrt auf der anderen Seite. Nein! 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 Nein, mein Gott. Ihr Soldat stimmt zum Jachthafen ausgerückt. Ja, geil. Ja, ich hab's anbehalten. Over. Verstanden, Bas. Geil! Ich weiß nicht. Ich schieße mir jetzt die Füße weg. Das ist doch kacke jetzt! Wieso ging das jetzt auf einmal? Ja. Komm, das wird ne Kackrunde. Einmal Kackrunde. Ich hab gedacht, ich könnte die jetzt vom Boot ziehen. Bück dich, Mann! was attention stand für dich? Ja ja! Nun, es liegt nicht alle awesome. Hold er mein, was steht für dich alleine. Oder? Oder wie ich diese Scheiße woher hören, Jetzt habe ich auch noch einen Molli verschwendet! Ihr macht mich langsam echt... Ja, und das ist immer noch voll. Ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung, ich habe keine Ahnung. Was ist das? Was sind hier denn welche? Und jetzt? Da hinten könnte nur einer stehen. Da oben ist auch noch einer. Wer schießt denn hier noch? Ach, da oben! Oh, okay. Also da oben sind noch Leute. Da hinten war ja auch einer. Ja. Habe ich da wo? Da oben. 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 Wieso ist das Boot jetzt auf einmal wieder da? Das ist Chris! Was ist los? Mist, der ist tot! Wir sind nicht allein! Durchsuch das verdammte Einkaufszentrum! Das ist ja die Abgabe! Oh, das kommt wieder raus! Mann, was zum Teufel! Der Einbringling ist hier! Scheiß, zieh! Los oder du stirbst! Das ist alles gut! Ich werde das Licht geben! Ich werde das Licht geben! Ach, sieh nicht! Gleich da drin! Sie kann nicht weg! Ich seh sie nicht! Nicht entkommen lassen! Okay, atme. Ja, du bist gut. Ja, du bist gut. Alex! Komm her! Wie kann es jetzt kommen? Kann ich weit sein? Okay. Okay. See you, Depp, ne? Ah, that's from that owner. Wieso, wo ist er? Der war ziemlich dicht dran an mir. Wieso sehe ich den nicht? Wieso taucht er nicht auf? Okay. 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 Willkommen auf Berksfahnen. Ich glaube, wir können das Boden auch kaputt machen. Wo ist das Resen? Ich schwör's doch nicht. Wo ist das Resen? Ernsthaft? Ich habe ein Boot geholt und kann ja auch aussteigen. Um das Boot immer zu Orten. Ja, wieso? Kommt das Boot jetzt gleich wie so ein treues Pferd um die Ecke? Ich habe einen Weg über Land gefunden. Hä, wo soll es denn dann noch lang gehen? Hier war jetzt nur Zeugs? Ich habe noch nichts übersehen. Okay. Der Wasserfall kommt aber jetzt nicht mehr da oben. Warte mal, warte, 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 warte. Ja, ich soll gleich die ne? Die war ich noch nicht drin. Das ist ja schon wieder ein Kaufhaus. Das letzte geht durch. Bitte geht durch. Äh? Hast du ein bisschen zu früh gesagt. Uh, Wasserbahn! Sind wir das Boot weg, wenn ich jetzt hier pausse? Mein Gott, schreckend nicht so. Schasse, Gewitter. Bei Gewitter sind wir im Wasser, das ist nicht so gut. Wunderschön. Schön, dass das jetzt immer anspringt. Was jetzt? Der ist aber, äh... Die Tür aufmachen. Oh. Guten Tag. Wer sind sie? Bess, wenn du das hier liest, bin ich erledigt. Ich hoffe, es war keiner von diesen Skavixern, sondern irgendwie mit Ruhm und Ehre verbunden. Aber noch mehr hoffe ich, dass du noch weißt, wo wir die Drogen versteckt haben. Der Code ist 70 12 64. Es ist nicht viel, aber mehr habe ich nicht. Ich will, dass du es nimmst. Mach's gut. 70 12 44. Ach, 64. Ah, warte. 70 12 64. So. So. Geh doch. Abby, ich habe darum gebettelt, dass du aufwärst. Das hier hast du dir selbst zuzuschleifen. Okay. Warum gehen die Dinger immer kaputt? Ich komme da noch niemals dran. Du weißt noch nicht, wofür ich den brauche. Der kommt da auch nicht rüber. Ah, ich musste ihn nur wegschieben. Alles klar. Okay. Wo geht's hier hin? Hast du, gell, bitte? Ich hasse es. Ach, jetzt bin ich in dem Raum. Und so ist das Comic voll. Ja. Ach, der Tresor. Äh. Drum, 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 drum. 70. 12. Und 64. So. Voll die Drogen, ey. Oh, 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 oh. 17 Film. Was auch immer. Das war mein eigentlich wieder schönes Pips. Das war's. Das war's. Okay. Okay. Gibt's hier von alleine was? So. Ja? Oh ja. Das war's. Nicht erwartet. Oh mein Gott. Yay. Wildwasserrafting. That war's so amazing. Woo. savoir. the road. die. Das war's. Die sind die. Die sind die. Ah. Die sind die. Die sind die. Die sind die. Wo ist der Jessie Klauen jetzt in der Nähe? Sierte ist nie Sleepless in Sierte Kein Imo Ok, 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 da ist Blas Aber vielleicht Kann es auch kaputt schieben oder machen wir es auch gar nicht kaputt schieben Wo ist das? Kann ich mal noch nicht mal? Möp, möp, möp 6, 6 Wo ist das mal? Hat uns vielleicht diese eine Schraube gefehlt? Nein Kann ich also eigentlich so Oh, ich kann nicht lehnen Oh, eine Munition hast du mit drin gehört Ich hätte gerne die Drogen machen Falls irgendwelche Wolfters lesen Warnt Isaac und die anderen Die Gerüchte sind klar Da draußen ist ein neuer Infizierter Sieht aus wie etwas, das schon zur Hälfte ein Klauster ist Wenn aber ein Rückzieher gemacht hat Hässliches Drecksviech Vielleicht hat der ganze Regen in der Gegend eine Mutation verursacht? Keine Ahnung Er war langsam Also konnte ich ihn leicht erledigen Aber als ich ihn mit mir näher anschauen wollte Sind alle Pusteln auf ihm explodiert Meine ganze rechte Körperhälfte ist verbrannt Und irgendeine Säure Wenn ihr es seht Dass so ein Ding in eure Richtung stolpert Haltet euch fern Ja, das ist gut Ja, das ist gut Das ist gut Das tut. Kalt, lift the arms! Wir haben schneller fahren. Oh my. I can't get that out. I can't get that out. I can't get that out, right? I can't get that out. Fuck. I can't get that out. Yeah. Oh, shit. I can't get that out. 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 Ok, if you時 again we can get that out. Yo, I can't get that out. Oh bang! Ich muss mal eben nochmal hier drunter. Ach guck mal, das ist schon wieder. Du wieder. Du wieder. Lea, Lea. Ich glaube, hier muss ich dann gleich durchfahren mit dem Boot. Okay. Brot, kommen her. Eher hält. Vielen Dank.